8. Mai 2020 und willkommen zu einer neuen Episode des Fortnite Daily Shops und ich würde mal sagen, wir schauen direkt rein und sehen, dass wir hier einige interessante Sachen drin haben. Wir fangen mal auf der linken Seite an, denn der Shop ist heute riesengroß. Also linke Seite angefangen. Wir haben Nightlife drin und zwar, ich weiß nicht, was man dazu sagen soll. Also Backbring natürlich nicht, ist klar. 1500 V-Bucks, dereacted anscheinend, beziehungsweise hier dieses Outfit reacted, wenn Musik gespielt wird. Also, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Es sieht absolut weird aus, oder? Es sieht absolut weird aus, so einen Skin haben wir auch noch nicht gehabt. Das ist einfach verrückt. Ihre Haare auch. Ihre Haare auch. Ihre Haare ändern auch einfach mal ihre Farbe. Oh, das ist da schon wieder. Oh, das ist absolut weird auf jeden Fall. Verrückter Skin, 1500 V-Bucks. Weiter geht's mit DJ Bob. Passend übrigens heute zu diesem ganzen Event, was um 3 Uhr nachts stattfinden soll. Ich bin mir nicht sicher, ob ich da live bin. Ansonsten soll das Ganze nochmal wiederholt werden, glaube ich, um 20 Uhr. Das heißt also 3 Uhr nachts oder 20 Uhr, je nachdem, wann ihr Bock und Zeit habt vor allem. Ja, 2000 V-Bucks, DJ Bob am Start, 126 Tage her. Nicht seltenes Item heute. Wir haben noch seltenere Items heute drin. Schauen wir mal weiter. Glow Sticks ist drin. 800 V-Bucks. Heute ist ein bisschen verrückt, der Shop. Ich schaue mal gerade Glow Sticks, 15 Tage her. Genau. Dann haben wir Glow Rider drin. Und das ist das seltenste Item heute. 364 Tage her. Genau ein Jahr, als der Gleiter das letzte Mal im Shop war. Also auch richtig weird. Soll natürlich heute alles zu diesem ganzen Party-Ding passen. Dann Glow Stick ist drin für 800. 82 Tage her. Dann haben wir Disco Fever. 36 Tage her. Auch ein Klassiker. Also weiter geht's mit Drop the Base. 800 V-Bucks. 15 Tage her. Also man kann heute gut abgehen auf jeden Fall. Breaking ist drin für 800. Neun Tage her. Und dann geht's weiter in den zweiten Shop sozusagen. Also der Shop hier hat keinen Timer. Das ist ein Special Offer. Deswegen wahrscheinlich wegen der Party. Und dann haben wir den normalen Standard Shop im Grunde genommen mit Raven und Ravage am Start. Wie ihr sehen könnt, 2000 V-Bucks. Und hier 2000 V-Bucks kommt natürlich auch nochmal mit dem Trail hier. Die beiden sind wieder am Start. Auch interessant, dass die wieder drin sind. 57 Tage her. Genauso wie die anderen Sachen hier. Iron Beak. Und Feathered Flyer, der Gleiter für 800 dazu natürlich. Dann geht's weiter mit Highland Warrior, die jetzt zwei verschiedene Styles hat. Was ich nice finde. Endlich mal wurde Zeit, muss man sagen. Dass die sich ein bisschen der männlichen Version anpasst hier. Zumindest was diesen Schädel da angeht. Richtig nice. 1500 V-Bucks. Natürlich mit Backblink dazu. Wir haben Silver Fang drin. 800 V-Bucks. 31 Tage her. Und natürlich Highland Warrior. Ganz klar. 39 Tage her. Weiter geht es mit Cryptic. Der auch ziemlich nice ist. Und auch ein geiles Backblink mitbringt. 1200 V-Bucks. Das ist ein cooler Skin, muss man sagen. Den kann man sich auf jeden Fall mal gönnen. Denn ich muss sagen, so ein Backblink ist natürlich schon nice. Oh, sorry. Hier nochmal Enigma dazu, passend. Gehört natürlich auch noch dazu. Das sage ich mir mal durch hier. Animiertes Rap. 500 V-Bucks. 32 Tage her. Genauso wie Cryptic. Weiter geht's mit Night Witch. Mit ihrer coolen Voodoo-Puppe auf dem Rücken. Sogar mit einer Nadel drin. Eigentlich auch ein ganz geiler Style. 1500 V-Bucks für Night Witch. Die war zuletzt drin vor 58 Tagen. Dann haben wir Lucky drin. Zwei Zeichen zur Seite heute. 311 Tage. Auch noch in dieser schönen alten Standard-Variante. Richtig nice. Weiter geht's mit Weiß. 800 V-Bucks. Ja, die 800er Skins sind eigentlich auch immer nice, muss man sagen. Und der war zuletzt vor 34 Tagen drin. Dann haben wir Glätter drin. 28 Tage her. Fire Spanner ist drin. 38 Tage her. Und zuletzt noch Shadow Boxer am Start. 149 Tage her. Also relativ viel drin heute. Ihr seht, wir haben zwei verschiedene Shops. Beziehungsweise zwei Riesen-Shops drin. Einmal diesen Special Offers Party Shop sozusagen. Also extrem viel, damit ihr euch auf die Party bereit machen könnt. Da bekommt man nämlich bei diesem Event 3 Uhr nachts und 20 Uhr. Ist das übrigens nochmal. Bekommt ihr diese neuen Wings, die man kostenlos bekommen kann, wenn ihr daran teilnehmt. Also macht auf jeden Fall da mit. Das geht dann über dieses, über diese neue Party-Dings. Also ja. Highlight für mich geht auf jeden Fall raus an diesen neuen verrückten Nightlife-Skin. Ich weiß nicht, was das für ein Ding ist. Der sieht absolut fucking weird aus. Keine Ahnung, wie sich das im Spiel verhält. Den sieht man auf bestimmt Kilometer Entfernung. Entweder das oder absolut gar nicht. Ich weiß es nicht ganz genau. Sieht auf jeden Fall weird aus. Auch mit den Haaren. Also alles ändert sich. Highlight geht auf jeden Fall in diese Richtung. Und der Shopper kommt heute auf jeden Fall mal eine 7 von 10. Der ist riesengroß. Aber ich finde nicht so viele Sachen geil, muss ich sagen. Also die E-Mails sind natürlich, die meisten sind geil, muss man sagen. Cryptic ist auch ganz cool. Und der neue Style ist ganz cool. DJ Bob, Raven, Ravage sind zu teuer, wie ich finde. Mittlerweile. Und Highlight Warrior geht eigentlich ganz klar. Also schreibt gerne mal rein, was eure Meinung zu der ganzen Geschichte ist hier. Auch ob ihr mitmachen werdet bei dem Event. Wenn ihr mich supporten möchtet, könnt ihr das Ganze gerne machen mit dem Creator-Code Raven Snipes. Den müsst ihr selber nochmal eintragen. Und über ein Like und Sub freue ich mich natürlich auch. Und dann würde ich sagen, hören wir uns morgen zu einer neuen Episode. Also bis dahin. Ciao, ciao. Ciao, ciao.